Mir hat das Jahr sehr viel gebracht, weil ich ganz viele Lebenserfahrungen mitbekommen habe und auch einfach mal eine Pause vom Lernen zu haben, fand ich einfach super schön, mal mit anderen Menschen zu arbeiten. Ich kann ein freiwilliges soziales Jahr auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man einfach mal aus dem Alltagstrott rauskommt und mal was ganz anderes sieht, als man vielleicht auch danach arbeiten möchte oder zumindest auch was Neues für sich findet, was man vielleicht auch interessant fände für das spätere Leben.